Die lange Nacht der Forschung ist für uns eine Gelegenheit, ein bisschen von unserer Arbeit zu präsentieren. Viele wissen nicht, was hinter diesen Türen passiert. Wir arbeiten sehr verschiedene Bereiche. Die Besucher werden sehen, dass wir auch nicht nur mit der Sicherung von Kerntechnologie arbeiten, aber auch mit Insekten, mit Techniken, die in die Landwirtschaft eingesetzt werden können und viel anderes. Wir würden uns sehr freuen auf den Besuch.